Du kriegst das nicht, du brauchst mich nicht so anzugucken! Bogen! Bogen! Ähm, ähm, Fisch. Zwei Fische. Wir haben einen Rundfisch. Genau zwei, das passt noch. Und zwar der da und der da. Ach so, aufstehen. Und aufstehen. So, und gleich haben wir drei Katzen! Hallo! Da sind wir hier hundert Katzen! Äh, ja. Du bist immer noch der Balou. Äh, du bist die Molly. Und... Nein, Minka und das ist die Molly. Ich weiß dann nachher nicht, wie ich die dann unterscheiden soll. Weil die gleich aussehen. Hm... Das ist mir auch egal. So, ich brauch hier jetzt ne Blume. Weil bei den Hunden geht das nämlich besser, die kann man nämlich besser unterscheiden, als... die bleibt jetzt da sitzen. Die sitzt, das ist der kleine. Das ist jetzt die Stadion. Okay. Okay. Schon besser. Also... Ein Creepy Mac Creep! Der muss erledigt werden. Ja, da ist schon wieder eine. Da ist noch eine. Ah! 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 Okay. Es ist noch kein Creeper explodiert. Da ist ein Ding. Gut. Wir ernten jetzt mal... Zuckerrohr. Das bleibt immer noch da hinten. So! Special! So! Jetzt machen wir das mal alles ein. Dann gucken wir mal... ...das Riesenvieh da! Ah! Okay! Herr Breitvater! Es regnet! Alter! 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 Balu! Wo kommst du denn her? Alter! Seht euch das an! Alter! Mein ganzes Evental ist wieder vor... Zuckerrohr! Du könntest ihm irgendwie sauf helfen! Ähm... Du sitzt ja da einfach nicht rum. Au! Mmh! Leckere Katze! Ja! Wie krieg ich die jetzt wieder da rein? Weißt du was der Weibhörter sieht? Ah! Und die schwarze Katze! Und die schwarze Katze! Ah! 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 Okay! Jetzt weiß ich nun! Das hier ist... Molly! Tag Molly! Molly sagt Hallo! Ja! Danke! Ja! Ich weiß, dass die Katze da drauf sitzt! Wird das irgendwo da rein? So! Das da! Das da! Das da! So! So! Pfeil! Das kommt weg! Und dahin! Das kommt dahin! Die Angel kommt weg! Äh... Ja, das Borg nicht! Das kommt weg! 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 So! Jetzt, äh... Ja! Wollen wir mal... ... 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 so ok ok was wollen wir jetzt machen ich weiß wir bauen uns jetzt mal eine farm die ganze wolle und der beste platz für sie zu bauen ist genau hier hier können wir dann auch ein bisschen anbauen ich muss mal noch kurz was erledigen was machst du da muss ich den etwa erledigen ja natürlich genau sehen wir den tropfen mit blumen und eisen wie viel eisen hier ein schwein ein schwein oder herrn wir gehen jetzt auf futtersuche futtersuche gehen wir mal schweinesuche so Schwein, Schwein Pilze, Pilze Schwein, Schwein Schweine, Schweine Schwein, Schwein, Schwein Ich baue mit Wasser Schnee in der Wüste Ich habe keine Dings dabei Was ist das denn für eine einsame Insel? Oh, guckt mal Das ist ja auch interessant Mützel Ähnlich wie Grasblöcke Pilz Ich kann mit Hilfe eine Schüssel zu zippen Eine Schüssel Okay, warte mal Holz haben wir natürlich nicht dabei Okay Was sind diese komischen, was haben immer in der Küste? Egal Ich höre Kühe Was ist das denn? Ich habe Kühe gehört Was ist das denn am Pilz? Jetzt guck Eine Pilzkuh, die habe ich ja noch nie gesehen Seht euch mal an, wie die aussieht Ja, kenne ich schon Ganz riesige Kuh Hey, Pilze, uiuiuiui Warte, schon alle Kühe Sehr schön Ah, das ist eine Arbeit Okay, das wird aber, glaube ich, zur Erde Okay Eine Insel, sehr schöne Pilzinsel Pilzkäfer Okay Jetzt sind wir ja schon wieder zu Hause Mal gucken, was ist die Oh Ja, genau Hier waren wir ja auch schon mal Wisst ihr was? Ich klau mir jetzt die ganzen Sachen hier Ja, ja, das mache ich jetzt Und die hier Mal gucken, ob ich die auch hole Oh, nein, das geht, glaube ich, nicht mehr So Kartoffeln Kartoffeln Was ist denn hier passiert? Na, hallo Leute Was ist denn hier los? Na? Er ist tot Fackeln, die wir nicht brauchen Karotten Karotten und Kartoffeln sind immer gut Das sind ja eigentlich auch die neuen Sachen Nein Ich abwache mich Er ist tot Was hat dieser einsame Kaktus Hier an diesem Block zu suchen? Was möchtest du? Eins Mal ran Kannst du vergessen Wir sammeln ja Oh Ein Buch und drei Tipps Mal ran Ja Für Bis zum nächsten Mal Tschüss Willkommen Tschüss